Jo, aber nicht ständig vom Ausland vorhallen lassen. Jute wollen keinen Versöhnung, die wollen Geld. Sag mal, sowas sagst du hoffentlich nicht laut am Stammtisch, hm? Ach so, darf man doch nicht mal mehr seine Meinung sagen. Doch, schon, aber mit Überlegungen, mit Hand und Fuß und nicht. Ist da mit ihrem Europa, wo sie schon die ganze Zeit dran rumbasteln? Die können schon längst Europa haben, wie schon ich. Wie? Weil Paris die Hauptstadt wäre, die Engländer uns sagen könnte, was wir zu machen haben und der Stadt alles bezahlen wird. So sieht's aus.